Herzlich Willkommen und willkommen zu einer Beratung von MeinJobWolf Heute mit der Utuber Mann Hallo Mit dem Franzl Oh meh Und mit dem Nachbarn Ich hab gesagt mit dem Nachbarn Hallo Der Nachbar ist der Wolf Spaß Heute kommt mit MeinJobDieb Und mit mir Äh quasi dem AHHHHH Hier dem Kausten-Karren-Bieber Wir haben uns angegriffen Nicht alle Babys von daher Ähm Auf geht's Ja ich wollte seinen Stand zu Ich spiele heute wieder die Map-Büros mal hier Und ich dachte mir Hey, lass heute einfach mal Eine Dieb-Edition mache ich hier Ich mein, warum denn eigentlich nicht? Ja, was kann schon schiefgehen, wenn man eine Dieb-Edition macht? Ja, keine Ahnung Das Spiel kann crashen, wenn Leute sterben Enterprise sind, ähm Enterprise sind verboten, oder? Ja, nur die Ziel einzusetzen, würde ich sagen, okay? Die Ziel einzusetzen, achso, um den Server zu crashen Ja, finde ich gut Nein! Server zu crashen ist verboten, okay? Es ist doops nicht Es ist wirklich doops? Okay, weil dann würde ich schon mal doops Es ist doops, oder? Ja, es ist doops, dass alle auf doops gehen Direkt Ja? Hast du doops? Seht ihr Leute? Das muss ich mir jeden Tag Wir nehmen gar nicht jeden Tag auf, doops Ey, aber ich muss sagen Ich muss sagen Ich muss sagen, toops ist der Nachbar Ah! Und isst du wieder ein Kugloob aus den Alpen? Na, sicher Ne, Jürn ist wieder die Waddeln Nice! Ey! Mach mir Leibniz, mach mir Leibniz, mach mir Leibniz, 24 Ich komm nicht durch, ich würd gern durch den Gang gehen Nochmal, ey Oh, ich würde euch schweißen Oh, toops, das ist böse Todes ist Wolff Was sagt man nicht? Schוף? 실� echt so Isn't Lügen darf man nicht sagen Lügen sollen man nicht sagen Aber äh, worshlin, toops Höhe Toops stinkt… Höhe Ist die Wahrheit Höhe Weg ja bestimmt aber heutigen video heute video in kommentare jetzt weiß ich es jetzt habe ich euch gehabt tops spielt den nachbarn roger ist die nachrichtensprecherin mein gott jetzt haben wir euch das sind die tausend leute glückwunsch ihr habt hier die rechnen ohne taschenrechner aber aber warte mal seine mutter ja aber aber ja ja das weiß aber ich habe keine ich geh jetzt immer ich geh jetzt immer sammeln sammeln ich bin es echt nicht okay was war das wollen wir uns zusammen tun ja aber das gibt mir baby ich habe eine super kratzen was was super krate eine super krate mit mein schopf die pia und auch ich bin der wetter aber an gott ja es ist natürlich nicht so wir leben in 2019 da kann man gerne mal den modus auch mal ändern also so ist sind wir hier ich wäre ja zu einfach was die feinen karte ja die feinen karte aufgegessen ich bin doch das drange ich bin der böse avenger ich denke schon der strange dr strange lp youtube name okay die möglichkeit ist immer richtig viele karriere möglich ich habe ein floh hat ja schon einige so denkt ihr über das heißt noch mal neu anfangen will auf youtube mit einem deutschen kann dass ich noch mal dass ich noch mal schaffen könnte die selbe art videos machen wird auf dem neuen kanal das ist genau so dass genau so viele leute verändern würden oder wenn ich alles heißen wird wenn ich dann wenn ich zum beispiel kauf aus 244 heißt es gibt so viele manche nämlich kraften 44 kraften floh 44 kraften ich habe mich ein geschenk gekauft sie hier so schau mal wo das ist ja ich brauche zwei rubies ich gebe dir dafür dass auf den nächsten film spiderman es ist ein helikopter ist ein delphin ich weiß nicht thomas wo bist du es ist so 100 prozent es ist top schlägt mich abgeschossen ist unsichtbar und habe ich geschlagen die anja hast du vielleicht mal über ein nachbar wer freist an aus wer fließt wer ist thomas wer ist der amos flug greift mich ein fluss voll fluss das ist der flurwein ich wiederbelebt ich würde ok nein ich bin nicht ich bin nicht du bist du ein du bist du ein du bist du ein ich bin du hast dich angegriffen du hast dich angegriffen wer ist das floh gib mir ein paar items rüber ok hier ich sehe nichts warte 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 ich brauche noch einen emerald hat jemand noch einen emerald nein ich habe nur das ich habe es überleben damals wach ich brauche stand ich brauche stopp die zuschauer werden also ich kann dir geben was hättest du denn gerne ich habe fast alle steine dank stein macht stein ich dachte floh ich weiß nicht wo ist die kroniska gesagt ist der tat anus und wer noch und eine ahnung und julian die schulen von madagaskar dings der eine ja habe ich ja von euch mal verfolgen das alles von ja und wenn du viel gutes davon erzählt hast 22 filmen gibt ja und zwar ans kugel natürlich sehr gut was man denn da so vorfindet ich bin johann auf den helden freundet hat das auch nicht abgesehen ich würde richtig hart aber ist mir egal es übersteuert wahrscheinlich es war nicht so laut für den hetzer mikro wie mein webcam mikro meinst du mein ich meine ich wer ist der thomas von euch torsten torben oder thomas ich weiß nicht torben oder thomas oder alles wirklich was das oder klopft oder fleisch 24 ja ich wünsche ihnen einen angenehmen tag wir wünschen einen angenehmen vater vater obermann mit ich habe drei schuhe das ist so hart nutzlos essen schuhe da kommt ja nicht sagen hey oh danke ich brauche die alten schuhe die ich kriegte das kriege auch keine ersten schuhe ich komme nicht rein die geheimgang ich bin thomas du bist thomas 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 die lokomotiv schuhe ich habe heute heute singen wir heute machen wir grau gerne folgt mich auf meinen golf ich war ja keine ahnung ist unsichtbar dann schneiden sich die leute videos raus dann kommt das instagram edit mit und mit den flügeln hinten und mit den komischen kanzer bei den ständigen hey kann jemand mal bitte aufhören mich zu hauen danke für nichts mit irgendwie when you smile und alles mögliche und rauf geht's torben ist thomas und thomas ist torben irgendwie ja 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 ich bin Avenger oh nein musste das sein ja also ey weißt du vielleicht wenn wir uns nächstes mal treffen mache ich das in real life ok 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 ja genau live performance hat mich gehört er wird schon in der öffentlichkeit komisch angeguckt weil das mädchen hat ah 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 ja tups nur weil tups 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 kannst du es mal sagen oh ja komm ja jetzt kommst du mit dem spruch du warst das für dich immer der Falle du bist so voll du bist so oh meh ey Ronny mach mal das geräusch was bei tups immer die ganzen mädchen machen haha 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 okay haha okay Flo haha haha ah ja schade passt mal nächstes oh Juli greff mich an ja mach ich ok ja ich hab gehört ähm tups ist es schwer oder ich hab immer noch kein schwer als mhm deswegen akzeptiert tups ups fortbewerbungen nein hört auf tups die leute nicht auf doofen gehen tups du stellst das tups auch alle an auch von deinen auch von deinen äh du stellst auch alle unsere zuschauer im disco immer an dass die gegen mich fucking machen ja das ist echt so wir waren gestern lustig und sind kurz in discord gejoint und dann direkt wieder angepisst weil sie nur mit tups reden wollten weil er gegen uns herum hätten ja genau wirklich doch so ist eine eigene armee aber wir brauchen unsere gegenarmee au nein das ist eine lüge der zähler von nur lügen deswegen sind wir nämlich nicht auf den discord wir wurden vergrault von tups ja das werden wir da viel öfter ja juli 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 warte heißt wann geht's da rauf hä lol was hier was ist das da ist nix du kannst aus der map raus aus der map raus lol warte mal ich brauche endappellen oh oh da ist bei mir ronja ronja riecht ich mach nichts im einkaufsladen nein ich brauche mir jetzt ein geschenk hai Ich kann dich nicht rauslassen. Ich kann dich nicht rauslassen. Egal, ich bin safe hier oben. Warte, Ronja, gibst du auch hoch? Ich will ja auch hoch, ja. Okay, geh auf. Oh, ich bin vergeftet. Nein, es war ein Randomizer. Hallo? Wie schön. Oh, komm, jetzt sind viele Eisquesten. Tschüss, Ronja. Ciao. Tja, also ich will ja eigentlich jetzt noch mal nichts sagen, aber... Naja. Tops ist. Bin ich nicht. Es Tops ist Tops. Es Tops ist Tops. Es Tops ist Tops. Tops hat einen Spieltag im Wolfsburg gekauft. Wer hat dich gerade vergiftet vorhin? Hä? Ich war's nicht. Es ist Tops. Leute, Leute können mir vertrauen. Ich hab niemand vergiftet. Ich seh's in der Aufnahme. Ich auch. Ich hasse euch langsam. Hä, Ronja, bist du frei? Ich bin frei. Hä, wie? Oh, lol. Okay. Alles klar. Ich weiß, wenn du wieder freigekommen bist, aber... Ich hab ne Idee. Er hat mir einen hat geholfen. Oh, okay. Ich brauche noch... Ich mach halt das. Ja, wie brauchst du? Für die Rogue-Rüstung? Wie viel brauchst du? Ich hab 7. Äh, äh... Ja, ich hab echt gar keine. Nice. Immer guten Sammlung. Man kann ja schon mal fragen, oder? Oh, Hallöchen. Äh, Tops. 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 Ich hab grad die Große. Nein, hab ich... Aha. Okay, ich hab gar nichts. Es ist Tobias. Exo-Panzer. Tobias. Nein. Tops hat ne Große. Tops. Ich kill Tobs im nächsten 10. Tops ist nämlich nur eins. Ne, Tops gibt größe sich, oder? Wie größe ist es? Du bist größer als zuhört. Ja. Ich bin größer als und sehe auch besser aus. Also... Naja, eins von den beiden stimmt, aber... Ja. Eigentlich eins von den beiden stimmt nicht beides, ne? Okay, wir müssen mal wieder weitermachen. Wir machen... Oh, ich hab Slime-Bit. Ein Slime-Bit? Oh, Slime-Bit. Wir machen gefühlt schon wie so eine richtige random Folge. Aber ich glaub, die Leute mögen random Folgen. Leute, mögt ihr so richtig... komplett durch in einer chaotischen Folgen? Ich glaub schon, oder? Naaah! Ich probier's erstmal halt los. Tops. 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 Es ist keine randomtu-, komm mit runter. Ich sag, das ist eine gute... Was? Spink jetzt? Ja, das ist immer gut. Leute freuen sich, glaub ich, auch wenn sie Tops killen. Dadadam! 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 Also wer möchte mich jetzt töten? Ich! Ich! Nein, Flo, machst du nicht. Flo, wenn du mich jetzt als killst, ich... 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 Ich kenne mich! Ich hab ein halbes Herz. Ja, genau. Den Bauchgefühl sack müsst ihr, es ist wirklich leer. Das war jetzt mit der Folge, lasst ein Like, ein Like und ein Abo da und tschau!